Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Crackery, der lehrigen Fischschau für die gesamte Zeitung. Schauen Sie sich nun die EES ein, zünden Sie den Scheunern an oder geben Sie sich den Leuten in die EES. Dann fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Kandidaten. Wie, wer, wo, was? Ehe? Nun, bitte bleiben Sie entspannt und ungehoffend, wie zu wackeln. Die erste Frage wurde ja noch gar nicht. Ich nehme zum ersten Mal, weil ich bin zum ersten Mal. 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 Natürlich war auch die Antwort völlig falsch. Ich bin zum ersten Mal.